Hallihallo! Willkommen zu einer weiteren Runde! Und zwar machen wir jetzt die Familienzusammenführung. Da habe ich mit meinem coolen Vogel schon ein paar Sachen markiert. Ich bin ja nur gespannt, wie das so genau funktioniert. Ich habe noch einen Halt. Ich habe noch einen Halt. Du, du, du. Horos! Alles ist ja offen. Aufhör mit dir! Geht's denn bloß zum Blöden da? Konzentrier dich! Hey! Alter, das ist ja wahr, ey! Der nicht wirkt! Du hättest nicht herkommen sollen! Bist du, du Dämpferd! Hey! Es gibt Ärger! Ich sammle die Truppen! Oh je, oh je, oh je! Alter, das war eigentlich ein Kopfschuss! Ein Headshot! Und der schafft das nicht! Oh, du mein Assassiner! Na, dann werden wir es halt anders machen. Wir werden halt... Willkommen! Ah, da ist es weiter wieder ein Dings! Na, wo es hieß? Appelflieger! Dieser Ort wird schwer bewacht! Und? Das ist das, weil du kaltigste! Du kaltigst! Du kaltigst! Du kaltigst! Der hat nicht zählt! Der hat nicht zählt! Dann wird er von uns lassen! Okay. Okay. Es ist eine Gitarre. Wenn ich dich finde, weite ich dich aus. Ja, er macht es. Was? Wie? Wo? Wo willst du hin? Weht von euch. Lasst uns raus! Nein, geh nicht! Das ist Bayek! Er will uns retten! Nein! Ich muss noch mal die... Hier auch gleich! Nein. Ich habe jetzt einen Fall. Lass dich nicht erwischen! Nein. Wo willst du hin? Ich habe mich nicht erwischen lassen, das habe ich ja gesagt. Ich habe mich nicht erwischt. 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 Sonst ist nur irgendwer wo. Ja. Ich habe mich nicht erwischt. Aber da gibt es immer so viel zum Blöden an. So nah. Ich habe mich nicht erwischt. Ich habe mich nicht erwischt. Bleib dann, bleib dann. So, ich finde das für dich kann ich ja. Was? Geh! Schnell! Wo ist Teremon? Ah, bei Amun. Er erlag seinen Wunden. Seine Familie wird ihn anständig begraben wollen. Was? Ich glaub, da ist irgendwas. Ganz nah. Ich deck dich! Einfach! Haha! Zu langsam! Hey! Ich weiß nicht, wenn ich die Hände gebeiden soll! Geh! 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 Oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Haus das? Was ist das? Was ist das? Ah! Ich breng dich auf! Hilf mir mal hier drüben! Ich geiste mir einen Scheiß aus! Geh, ich kippe sie mir! Wir sind auf diese Quelle angewiesen! Wir werden schon zahlen! Das ist das, du Ratten! Du darfst nicht hier sein! Ich hier dürfe! Wir können es nicht aufnehmen und werden sich da oben gucken! An uns kommt keiner vorbei! Hey, hast du das gehört? Du bist du bist du! Ja, voll! Du bist du bist du! Ja, voll! Du bist du! Stirb endlich! Du bist du bist du! Du bist du! Du bist du! Du bist du! Oh, mein Gott. Das war's. Die Banditen kommen so schnell nicht zurück. Okay, das war's. Das ist ja in der Höhle. Bayek, du hast die Quelle zurückerobert. Den Göttern sei Dank. Die Bauern brauchen sie dringend. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unsere Medjay zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Zenny. Aha, Schätzerblender 0 von 3. Was? Wie? Geh aus, verdammt! Geh aus, verdammt! Geh aus, verdammt! Oh, das war's. Ach, cool. So... So... ...und so... ...für Request... Stoffe 5, Stoffe 5, Stoffe 5, da mal, Holz ab und zwölf. Da muss ich irgendwie mit der Malkate Korea schnell reisen. Der Animus, die Wüstenschlamme. Erreite zu rufen. So, was kann man denn da nur so machen, siehst du das? Sperrgebiet, ich schätze mal, tötet ein Hauptmann. Ah, da war ja doch Ego gewesen. Was gibt es denn da so? Ego. 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 Tötet ein Hauptmann. Ich hab mal ein Holz, ich hab mal ein Holz. Ego. 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 Ich bin gerne. Ich weiß nicht, was ich da war. Ich weiß nicht, was ich da war. So ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Hey! Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war's für heute. Blundern, blundern, blundern. Blundern, blundern. Blundern, blundern. Blundern, blundern. Blundern, blundern. Okay. 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 Hey, was? Wieso ist der Maier? Wieso? Wieso? Was ist eigentlich Ausrüstung? Schaden. 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 Du hättest nicht herkommen sollen. Du hättest nicht herkommen sollen. Schaden. 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 Was ist das? Hm? Ich bin jetzt nicht mehr. Null, hä? Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Oder Leichtbogen Ausrüstung 113 Auf der 70 114 92 Trefferwirkung Okay So, was ist denn das? Schatzplündern Hm Okay Ich sag da gerade ein bisschen Die Heilerin Die Heilerin Wochmann auf die Heilerin Wir haben ihn Ich sag da nicht Ich sage hier Okay So, was das? Ich sage hier Ich sage hier Ich sage hier Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Boah. Ach, wie hab dich gekennzeichnet. Der wieder verdammt. Siehst. Du kannst deinen Angriff ausführen, während du in der Luft wirst. Okay. Was ist das? Erlehrt. Ja, aber es ist auch ein Moment. Okay. Was ist das? Die ängelische Reiter von seiner Ermerung. Okay. Wäre dich schüttbar, dass die ängelische Reiter von seiner Ermerung. Okay. Wäre dich schüttbar, dass die ängelische Reiter von seiner Ermerung. Ich weiß mir nicht, Brüder. Was ist dies? Was ist das? 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 Oh. Oh. Das war's. Passed. So, wie bitte so dir das hier, der da? Ah, herrler Männer. Komm hier, mein Kamel. Duda! Halt! Diese Zone ist tabu. Dich schlitzig auf! Ja, schlitz. Ptolemaeus. Er hat uns allen großes Leid gebracht. Da jetzt nicht. Was stimmt nicht mit dir? Ja. Ja. Ich denke, wir sind hier. Ich denke, wir sind hier. Woa! Ach so, oder? Da oder? Wo bin ich gut da? Getschen! Woa, das ist ja kaputt. Ah, verdammt, das kann man gut. Rabia! Bayek! Wie schön es ist, dich wieder in Siva zu... Du hast Zenu wieder gesund gepflegt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder. Sie ist ein zähes, altes Mädchen. Wie du, ha? Hahaha, Bayek! Hepze versagt, dass du die Dorfbewohner heilst, so gut du kannst. Es würde mich freuen, dir zu helfen. Das ist freundlich von dir. Möge dein Ka gesegnet sein. Ich kann immer Hilfe gebrauchen. Die Soldaten sind Grobiane. Fast jeder Dorfbewohner hat Schnitte, Prellungen und gebrochene Knochen. Um zu helfen, habe ich ein notdüftiges Perang in den Tempelruinen errichtet. Freunde bringen mir Arzneien aus Siamu, aber jetzt halten die Soldaten jeden auf, der ins Dorf kommt, und stehlen die Waren. Also, versuchten wir es stattdessen mit Booten. Aber auch die wurden aufgehalten. Sie haben die letzte Lieferung versenkt. Die Medizinfläschchen sind am Boden des Sees verstreut. Ich hole sie für euch. Danke, Bayek. Bringen sie zum alten Tempel. Ich muss jetzt dorthin. Jawohl. Hoppala. Zeno kann mir helfen. Tja! Bähö. Das war's für heute. 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 Sei unbesorgt, Rabia. Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen. Ja, genau. Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, okay. war's für heute. Das 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 war's für heute. Und heute. Das war's für heute.